Ausgewordet Naja, ich prob' mir schon geraten Dabei bin ich auch Kart am Warden Aber es hilft natürlich nichts, wenn die ausgewordet haben Ja, das stimmt vorher So Ich kauf mal einen Mh, ne? Ja, ich hab auch meine Rute gesetzt, weil ich wissen wo die sind, nach allem ist Ja, ich hab auch die Loll Oh, das war ein Loll Hi Ich hab noch einen Loll Hi Oh, oh, oh Das ist doch... Alter, wie ich da nichts gegen machen kann Ich kann nicht mal abhauen Wie krank das ist Wie willst du die Scheiße? Ähm Haha, aber wenigstens reibt ihr schön auf Ja, da hab ich mich so einen mitgenutscht im Pool Ein Gegner wurde getötet Ähm Ne, das will ich nicht Ja, will ich auch nicht Wo ist denn die Scheiße denn, was ich haben will? Da Das will ich und das will ich Ich hab mir 75 Gold und ich bin noch tot, alles klar Das ist natürlich öde, dass ich grad nen Orakel gekauft hab, ey Und das ist auch ganz schön öde, dass ich so oft verrecke, du Das stimmt Ich hab echt... Weiß es nicht Immer da Gerade kein glückliches Händchen, wo ich stehe Ja, machst ja nix Ja doch, Scheiße Da machst du nix, scheiße So, komm schon, gib mir Gold Papa Papa braucht Schotter Zehn Da kommen fünf noch So Oh Talon der Bastard will unten auf meinen Turm drauf Aber so nicht So nicht Jetzt schon wieder alle Ach du Scheiße Oh Gott Alter Alter Tja Was'n Gemetzel Ich hab'n bisschen Leck mich am Arsch Das ist mein Glückstag Warst du denn in dem Kampf drin? Ja, ich hab'n getötet Vorsicht, die verfolgen dich da alle, ne? Ich blöde Ich blöde Ich blöde Uuaah Doll, Alter, macht ihr die alle platt, oder was? Ich blöde Nice Und ich blöde Ich blöde Ich blöde Ich blöde Ich blöde Na komm schon, gib Platz. Da muss ich kommen. Na, ist egal. Den holt er sich nicht. Das war ja dämlich von dem. Das war ziemlich dämlich, ja. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht verstanden. Wo da der Sinn war. Jawohl. Nice, wir gehen alle hoch. Wollen wir mal kurz zu den Sachen nochmal? Nice, das ist ein schöner Geld. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh. Scheiße. Das haben sie nicht weggeschnitzelt. Die kleinen Bastarde. Ja, Trangle macht das schon, ne. Saure Kussivbogen. Gleich geht's ab. Okay. Berserker ist natürlich scheiße. Na, kommt schon. Ja. Ups. So. So. Wir werden den auflauern. Fuck. Ah, lass dich über den Turm verteidigen. Geh nicht auflauern. Einzigartig. Die haben Schiss. Oh. Krass, ich kann dir 85 als Tempel damage geben. Oh, Mitte. Mitte Turm. Was ist da übel. Oh, da hat's. Was ich dir da geben kann, finde ich. 85 getagged damage. Ja. Oh, da oben. Da kommen wir nicht mehr rechtzeitig wieder. Ich glaube fast nicht. Wir kriegen gerade noch was abgesnackt, wenn ich da stehe. Also nochmal. Nein. Ja, da war nix. Ja, da war ja auch zu lang. Schade. Ja, das geht jetzt zum Spaß. Boah, Alter. Die fängt mich ja voll weg. Sieht zumindest danach aus, ja. Ja. Naja, am Arsch. Ja. 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 Ja, das ist ein Schuss. Du hast einen Schuss. Ja, komm, du hast einen Schuss. Ich schätze Da Darf nicht wahr sein Was ist? Boah lebt mir am Arsch Hab ich den noch weggesnackt Gott sei dank Gott sei dank Die Supporter haben es überlebt Ich schade nicht raushau Leck mich fett So So Schnuckis Oh Nice Dann kann ich mir doch noch was kaufen Das war für meine Schuhe Doch nochmal Bisschen mehr aufgeschwindet wird Nicht wahr Gar kein Scharn extra macht Diese lösen Treffereffekte aus So bin ich jetzt noch nicht gespannt Alles damit Ja Dennis Ich hab die Ich hab die Ich hab die Nicht gesehen Nicht registriert Ne ich war mega brain Aber ich war Ich hab grad den Den Runans Hurrican Bogen genommen Wollt wissen ob mein Kartenstapel Alle 3 mal Verursacht bei mir extra damage Ob der dadurch schneller stackt Und man davon vertieft hat auszuprobieren Ich hab 12-11 Ich bin so ein Bubi Auf der anderen Seite Hat man dem Adela auch ne Kunst Was ist denn? Was ist ne Kunst? Mit dem Adela 12-11 zu haben Normalerweise hat man immer so 12-1 oder 1-11 Ja Ein spannendes Match Oh ja Was ist denn eigentlich so? Mit der Schakko und der Xerath Wärs bei uns der Gute Schwandel ist nice So ist es mit der Xerath So ist es mit der Xerath Los geht's Los geht's Los geht's Ja 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 Oh Gott So da sind wir wieder Ich bin irgendwie aus dem Spiel rausgeflogen Ja Echt mal Bram Jetzt hast du alles verpasst Ja echt mal Ich weiß nicht was der los ist Hat auf einmal so nen Kack-Error Naja Wie dem auch sei Mal gucken wie das Spiel jetzt weitergeht Da ist Bomben wieder Die Karten wissen alles Sonst ist glaube ich nichts Spannendes passiert Dann kurz einmal in der Base und sehen Ja stimmt Der erste Tower fehlt Das ist ein Scherz Alter Falter Ja Und Andi mir aufgelauert Scheiß Die waren gerade Naja Schau Nice Bom Jetzt erst mal heilen gehen wieder Good one Good one Da ist der Is 2200 Ist nicht genug Geld Der Flucht Nice one Die weiterjagen Alter Megaal Töten Töten Oh okay Es sieht gleich von der Laser Ich füriere meinen Laser Ah knapp Los mach das Ding da kaputt Was denn? Meine Stabmisch Äh Kartenstapel Was denn? Meine Stabmisch Was denn? Meine Stabmisch Ich habe noch getötet Noch getötet Und dann Lack Doppelt ziel so das war dein ziel jetzt habe ich alles erreicht weil ich jemals erreichen wollte ja auf jeden war mal geil weil ich an damage raushaue 98 98 98 macht den drachen ja auf jeden ich hoffe das war kein ernst klar habe ich noch geld ich hab dir voll auf support jetzt mal gespielt ich kann ja gerne worden in welchem gegenstand machte das denn der sechs dem sehenden rubinstein genau das ist das item was ich halt immer wieder kaufen würde so und nicht anders rubinstein aber geil die machen gerade nesha und ich zähle da unten auf der bottom lane rum weil ich da nicht mitgekriegt habe oder halt dein ulti bereit aber die kommt ja der gegner hat sich nesha getötet das ist ein scherden oder deckt mich am arsch da haben sie ja eins gemacht das ist trotz hat der brammer immer alles weggefögelt schüffel sassen die schule rumgespiele sechs zwanzig kunden dieser weg jetzt machte die brauner extra damage Sehr gut, GG Leute Spannendes Match, leider ein paar Disconnects Ich hoffe, das verzeiht ihr mir Bis zum nächsten Mal Tschüss